Thank God it's Friday. In der Cruisemobil Volvo XC90. Power and Sponsor bei Frankfurt Volvo Centrum. Heute bin ich wieder mit einem jungen Mann. Ich habe ihn dieses Jahr besucht in Palazzo. Aber stopp! Vorher haben wir mit mir gecruised. Und er hat gesagt, irgendwann bin ich wieder da, Charles. Und jetzt ist der Moment, der ist nicht nur gekommen zum Spielen, noch dazu, hat er mir, was es ist. Das ist mein Pfingstengeschenk. Sein neues CD. Warte, warte, warte. Geht's gut? Geht's gut. Lange nicht mehr gesehen. Chris Maric. Lange nicht mehr gesehen. Ja, geil. Erstmal hier. Ich habe noch nie ein Volvo XC90 gespielt. Premiere. Das ist Premiere. Damals haben wir gecruised in der Kugel. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ja. So habe ich angefangen. Mit der Ford Kugel. Ja, aber hier hast du... Vom Autohaus Corp Lampertheim. Definitiv ein bisschen mehr Platz. Und war schön, ist auch ein schöner Auto. Ist immer noch gemein besetzt. Aber der Volvo ist mein Fernsehplatz. Und der Chris ist wieder da heute mit mir zum Cruisen. Chris Norwich. 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 Wir spielen, definitiv. Das ist wichtig. Lloyd, noch einmal. Der CD. Wo gibt's überall die CD? Überall. Amazon, Digitalvertriebe, Stream. Heutzutage kauft sich ja keiner mehr wirklich eine CD. Doch, es gibt immer auch CD, Liebhabers der Tausend. Ja, aber man kann's auf Amazon wirklich tatsächlich die CD kaufen. Also die CD. Okay. Man kann Downloads weltweit. Okay. Überall. Ähm, wo noch? Stream natürlich Spotify, Deezer und so weiter und so fort. Und wer es live hören möchte, 20.09. in der alten Wollfabrik in Schwetzing. Ha! Ihr habt's gehört. Ich prob ihn, sie kriegen auch auf meine Show. Wer wenn sie, wer weiß. Der Mann ist wirklich so kaputt. Es ist schwer ihn zu kriegen. Deswegen bin ich froh, dass ich ihn heute hab. Es macht ja auch Spaß. Und es ist fix denn. Da macht man nichts. So ist es. Nur mit Charles. So ist es. One love. So, let's cruise. Let's cruise. Let's cruise. Let's do this. Ihr kriegt mich nicht los. Ich komme immer wieder. Jetzt bin ich da mit Chris. Chris, let's do this. Chris Narich. Kannst auch Stefan sagen. Ich sag lieber Stefan. Ich sag lieber Stefan. Das ist mein Bruderisch. Stefan. So Stefan, was machen wir jetzt? Cruisen und du sag mir, wie es lang geht. Mit deiner neuen Trakes. Also du fährst, ich spiel oder wie? Ah, jo. Let's do this. Kurz hier mal und los geht's. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Let's do this. Woah. Ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. dozenten tom schlüter haben wir da eine coole coole sache entwickelt fantastisch noch eine geht noch du hast ja bestimmt schon gesehen dass meine platte passion heißt ja meine passion soll eigentlich die leidenschaft zur musik widerspiegeln okay und ich habe das in stücke drauf dich jahrelang auf den bühnen gespielt und zwei eigene songs von mir und so kommen wir wieder und zeigt mir dieser der song passion ja okay wir kommen wieder ihr kriegt mich nicht los one love we are here